Leute reden viel, MG ist nicht so der Rappertyp Alles scheißegal, weil er sich nicht mehr mehr für Tracks bemüht Im Grunde voller Spaß, der nur so lieb, wie's ihm Spaß macht Doch MG ist einmal hart und gibt nen Fick drauf, was der Staat sagt Sei nicht so bescheiden und zeig jedem mal, wie krass du bist Scheiß auf dein Benehmen, es geht darum, dass du Schlampen fickst Gas am Start, war sozial und immer etwas vorlaut Und Rapper müssen halt so sein, dann hat man auch sein Ohr auf Doch ich bin eher der Typ, der auf die sämtlichen Klischees scheißt Bleibe meiner Schiene treu und schlag den anderen Weg ein Redet nicht, wenn nicht der Kerl, der realer Mike jetzt Rapper ist Wie redet mit ihr denn sein, wenn ihr privat keinen Respekt abkriegt?